In diesem Video möchte ich auf den Programminhalt Ihres Brainlight-Systems eingehen. Ihr Brainlight-System ist mit 99 Programmen ausgestattet. Diese sind aufgelistet auf den mitgelieferten Programmtafeln und sind in einzelne Programmblöcke unterteilt. Diese Programmblöcke können wir uns hier einfach mal anschauen. Zuerst finden Sie da die Basic-Programme, das sind 36 Programme zu unterschiedlichen Anwendungsbereichen. Die sind untergliedert in ihre Programmlängen. Also zuerst sehen Sie die 10 Minuten, dann die 20, 30 und auch 40 Minuten Programme. Und wie schon im Video zur Bedienung erwähnt, sieht man immer links die Programmnummer, die man dann einfach ins Bedienfeld des Relax-Towers oder des Touch-Synchros eingibt. Und hier ganz rechts sieht man Symbole, die Ihnen erklären, in welcher Komposition aus Massage, Musik und Licht diese einzelnen Programme strukturiert sind. Besonders beliebt bei den Basic-Programmen sind Programm 10 und 11. Das sind die positiven Affirmationen, einmal für den Tagesbeginn und einmal für das Ende eines Tages. Als nächstes folgt der Programmblog Selbstfürsorge mit autogenem Training. Dieser Programmblog wurde entwickelt von Wolfram Krug. Er ist Diplompädagoge mit eigener psychotherapeutischer Praxis und ist sehr überzeugt von der Kombination des autogenen Trainings und diesen Licht- und Tonimpulsen des Brainlight-Systems. Er hat viele Jahre Erfahrung mit dem Thema und hat hier in 10 Sitzungen die klassischen Übungen des autogenen Trainings aufbereitet. In der ersten Sitzung hören Sie eine Einführung zum Thema und Sitzungen 2 bis 10 sind dann so gedacht, dass Sie jede ungefähr 10 Mal machen, bevor Sie zur nächsten Sitzung übergehen, sodass Sie das Ganze richtig verinnerlichen können und dann auch im Alltag ohne dieses Hilfsmittel des Brainlight-Systems anwenden können. Der nächste Programmblog heißt Musikgenuss. Im Untertitel von klassisch bis modern versteckt sich schon der Hinweis, dass hier sehr unterschiedliche Musikstile kombiniert wurden. Es ist zum Beispiel die fünfte Symphonie von Beethoven dabei oder an der schönen blauen Donau von Johann Strauß. Es sind aber auch Lounge Music, Latin Music und sogar ein Progressive Rock Titel dabei. Hinter dem Musikstil können Sie immer sehen, worauf das Programm in Sachen Licht- und Tonfrequenzen abzielt, also ob es eher aktivierend ist oder eher entspannend. Der nächste Programmblog heißt Zitate und hier haben wir wirklich Zitate von wichtigen Persönlichkeiten, interessanten Denkern zusammengetragen und zwar zu unterschiedlichen Themen, also zum Beispiel zum Thema Erfolg oder zur Liebe, zum Selbstvertrauen. Das Ganze in ein sehr kurzweiliges Format von jeweils 10 Minuten mit durchgehender Massage und durchgehendem Licht verpackt, eignet sich wunderbar als kleine Inspiration zwischendurch. Wir kommen zu den Anleitungen zur Achtsamkeit. Hier gibt es auch wieder 10 Sitzungen, diesmal von Dr. Ulrich Ott entwickelt. Er ist Meditationsforscher, hat auch schon mehrere Bücher zum Thema veröffentlicht und erklärt uns dieses Trendthema Achtsamkeit auch wieder mit einzelnen Übungen wunderbar in 10 Sitzungen, die auch bitte eine nach der anderen gemacht werden. Allerdings können Sie da selbst entscheiden, wie oft Sie eine Sitzung machen, bis Sie zur nächsten übergehen. Für diejenigen unter Ihnen, die Englisch, Französisch oder Spanisch als Muttersprache haben, haben wir das Einführungsprogramm, das Programm 01, hier auch in den eben genannten Sprachen enthalten. Wir kommen zu einem ein bisschen arbeitsintensiveren Programmblog. Rauchfrei mit Brainlight ist für diejenigen unter Ihnen geeignet, die mit dem Rauchen aufhören möchten oder schon dabei sind und sich zusätzliche Unterstützung wünschen. Stephanie Witschorek und Oliver Happ haben seit vielen, vielen Jahren Workshops zum Thema Raucherentwöhnung entwickelt und haben hier ihre Erfahrung, ihr geballtes Wissen zusammengefügt und auch wieder in 10 Sitzungen verpackt. Und diese 10 Sitzungen bitte eine nach der anderen innerhalb von 10 Tagen, also eine am Tag durchführen. So ist das gedacht und das bestmögliche Ergebnis, die bestmögliche Unterstützung in diesem Prozess der Raucherentwöhnung zu erhalten. Und last but not least, unsere Heilmeditationen für die inneren Organe mit dem schönen Titel Sinfonie des Lichts. Diese Meditationen liegen uns besonders am Herzen, da wir seit einiger Zeit in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg eine Studie durchführen, bei der Privatanwender und Anwenderin zu Hause diese Meditation für drei Monate anwenden und zwar in diesem Fall ohne Massagesessel, nur das Licht- und Tonsystem und dann anonym von ihren Erfahrungen berichten. Und diese Rückmeldungen, die wir da erhalten, die sind wirklich berührend und auch sehr motivierend für uns, einfach zu sehen, was Meditation und auch das Brain-Health-System bewirken kann und wie wunderbar wir die Selbstheilungskräfte des Körpers damit unterstützen können. Und wenn Sie jetzt kein Organ haben, das Sie besonders unterstützen möchten oder müssen, gibt es hier das allerletzte Programm auf der Liste, die Heilung für Ihren Körper, die einfach für den gesamten Körper konzipiert wurde. Vielleicht eine besonders schöne und auch außergewöhnliche Art in dieser Zeit momentan das eigene Immunsystem zu stärken. Wir haben Ihnen ein paar Pakete gepackt und mitgeliefert. Da finden Sie Kopien der Programmtafeln und zu diesen arbeitsintensiveren Programmblöcken, also rauchfrei, den Anleitungen zur Achtsamkeit, Sinfonie des Lichts und Selbstfürsorge durch autogenes Training, jeweils eine Broschüre, in der der Hintergrund und die beste Vorgehensweise nochmal genau erklärt ist. Und ja, nehmen Sie sich dieses Material, tauschen Sie es untereinander aus. Wenn Sie weiteres Material benötigen, lassen Sie es uns wissen. Und wir wünschen Ihnen jetzt einfach wunderbare Erfahrungen mit Ihrem Brainlight-System.